Ich melde mich nochmal zum Volksberg. Vorne werden die Torleute fettgemacht, hinten wird erstmal aufgelockert und dann geht das Training los. Diese Wochen werden natürlich noch mal hart, dann haben wir morgen das Trainingsbiel gegen die dienische Mannschaft. Das wird schon eine ganz harte Geschichte jetzt. Aber wir müssen ja auch was tun. In 14 Tagen geht das ja richtig zur Sache. In Gelsenkirchen, da muss ich mal bis Dien auf Schalke oder auf Schlecke, da müssen wir mal sehen. Ja, bis auf Kittel und Tommi Mikkel habe ich nicht gesehen. Das ist natürlich ärgerlich mit Sonny, für den Schatz Sonny das ist ja noch. Aber das wird eng. Aber sonst sind alle wohl auf. Und morgen wird zweimal trainiert auf dem Sonntag. Das hört sich schon mal gut an. Alles klar. So, das sind ein paar kleine Bilder hier aus dem Volksberg. Und vielleicht kriege ich nachher noch was zu sehen. Unsere neuen Leute, die hier gekommen sind, dass ich sie einzeln mal vor die Linse kriege. Alles klar. Tschüssi. Und dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende in Norden HSV. Alles klar. Tschüssi.